Irgendjemand sagte mir mal, das Meer findet alles raus, was man falsch gemacht hat. Und diese drei haben ihr Glück von Anfang an auf die Probe gestellt. Ich will einen Freischlag. Ja, Deal. Wieso ermutigst du ihn noch? Wir brauchen einen besseren Deal. Wir müssen versprechen, uns nicht gegenseitig umzubringen. Das sieht nicht gut aus. Was machen wir jetzt? Die Entzündung darf sein Herz nicht erreichen. Was soll das heißen? Wir müssen... Hilfe! Hilfe!